Wer schneller fahnt? Nein, das ist ein gedrosselter Roller, der fährt nicht schneller als 25 Kilometer. Alter, da kommst du doch nie an, der ist so schneller hier ran gerade. Was geht, Freunde, der Außenwelt? Wir switchen rüber und letzen. Folge 10. Wacke gibt Gas. Ich geh von der Schule nach Hause. Ich geh von der Schule nach Hause. Ich geh von der Schule nach... Ich hab noch nie jemanden gesehen, der sich so beim nach Hause gehen freut, Alter. Ich meine, gut, man ist froh, die Schule ist aus. Jetzt ist es wie so Dauerferien durch Corona, aber... Wer rennt denn so nach Hause? Ich geh von der Schule nach Hause. Hey, ciao, du gehst nach Hause? Wie uncool. Ich fahre. Wow, Master, Alter. Wow. Coole Gitarre, kannst du noch mehr Riffs spielen? Na klar. Geil. Du hast mich bewundern. Oh, hey, cooler Roller, Wacke, darfst du überhaupt fahren? Bisschen krumm und schief gehämmert, aber sonst... Mann, du bist doch noch so ein junges Ding. Steig auf, Loser, ich fahr dich nach Hause. Weil eigentlich hab mal nachgeschaut, das sind ja mittlerweile 40 Folgen oder so, ne? Und die laufen ja immer noch. Die letzte kam irgendwann Ende 2020. Dafür viel Arbeit, du. Aber das gefällt mir sehr. Und krass finde ich vor allem, dass er den Style beibehalten hat. Das ist richtig nice. Können wir schneller fahren? Nein, das ist ein gedrosselter Roller, der fährt nicht schneller als 25 Kilometer. Warte, da kommst du doch nie an, der ist so schneller hier ran gerade. Au, Katze, totgefahren, das arme Missvieh. Oh nein! Oh nein, die ist noch nicht tot. Oh Gott, deine arme verletzte Katze. Ich bin ein Kater. Ich hab nicht aufgepasst und jetzt haben sie meine Beine erwisst. Die Schmerz... Oh, die arme Katzenkater. Sie sind unerträglich. Ich kann so nicht weiterleben. Töte mich. Ja, guck mal, was die Katzen bei mir macht. Ach, wie süß. Keine Sorge, wir bringen dich sofort zu einem... Die haben sie ja auch nicht verstanden. Das ist so geil. Katze. Du erbruchst mal nicht weiter, schlimm. Oh, weil eigentlich gibt es sie, Alter. Scheiß mich ein, Alter. Den sollte in ein paar Tagen wieder auf den Beinen sein. Hey, ciao, ich kann Wackes Muschi sehen. Das blicke ich auch immer so raus, wenn ich das könnte. Ich darf Muschi sagen, weil ich die Katze meine. Wie oft soll ich es noch sagen? Ich bin ein Kater. Oh, wer will denn da schon freiwillig hingucken? Ja, hey, das ist ein Kater. Wie kann das... Oh, der hat's Arschloch gesehen. Können wir bitte gehen? Okay, kommst du mit, Puschi? Moment, sie müssen doch die Tierarztrechnung bezahlen. Was? Solange es nur Dollar kostet, ist ja nicht schlimm. Hab ich nicht. Oh, sehen Sie, nur ein riesiges Pizzamonster. Hä? Hallo. Das ist gar nicht riesig. Sie hat mich reingelegt. Ihr könnt... Voll dumm aus, war ein Pizzamonster. Mich alle. Der epischste Moment aller Zeiten. Diese Flucht ist so episch. Yeah, das war's wieder von den Japano-Schlampen. Habt ihr gemerkt? Chau und Wauke sind ohne Helmroller gefahren. So was macht man nicht. Ist doch nur 25. Aber sie haben ein Kätzchen gerettet. Beziehungsweise ein Kater. Hey, ich hör mich selber so ein bisschen an wie der Kater. Vielleicht bin ich's ja sogar. Interessante Sache hier. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn ihr nicht getan habt, abonniert. Diesmal verabschiedet mich. Und mit damit wird aus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.